An diesem Tag von Weihnachten möge es ein Tag des Vertrauens an Christus sein. Natürlich bist du an diesem Ort gekommen und es gibt Sachen, die sich noch nicht verwirklicht haben in deinem Leben. In diesem Moment Israel hat auf den Messias gewartet aber der Messias war im Hause von Maria und Josef. Aber Israel wusste es nicht. Sie haben auf den Messias gewartet. Sie haben auf den Retter gewartet. Du heute bist dabei auf ein Segen zu warten. Aber lass mich dir heute sagen dass dieser Segen auf dem du wartest nicht weit ist. Dieser Segen worauf du wartest wird bald du wirst es bald sehen wirst du bald erfahren wirst du bald berühren und dein Leben wird sie ändern aufgrund dieses Segens. Esaier prophetisiert ein Kind ist uns geboren worden aber ein Sohn ist uns gegeben worden. Der Sohn ist ein Geschenk der all das enthält was du brauchst und ihr könnt euch vorstellen jemand kommt mit einem Geschenk welches ziemlich gigantisch ist du öffnest es du weißt nicht einmal was es genau ist weil du nicht sagst genau was das ist warum weil da drinnen findest du alles du brauchst Geld da findest du Geld du brauchst die Gesundheit da findest du die Gesundheit du brauchst das Leben du findest das Leben du brauchst die Arbeit du findest die Arbeit es ist ein Geschenk welches Jesus dir heute Nachmittag gibt wir sind dabei uns vorzubereiten um in das Jahr 2020 hineinzuschreiten es bleiben nur noch einige Tage übrig mögen wir nicht sagen es ist vorüber es ist schon zu Ende alle anderen Siegen wir projektieren sie auf das Jahr 2020 wir haben schon alles abgeschlossen aber ich sage dir wenn ihr schon abgeschlossen habt ich habe noch nicht abgeschlossen ich sage euch Gott kann uns noch wunderbare Überraschungen machen vor Ende dieses Jahr und ich glaube es gibt Leute die große Sachen sehen werden die große Sachen sehen werden die große Segen empfangen werden bevor das Jahr zu werden es gibt Leute die Heilungen empfangen werden vor Ende dieses Jahres es gibt Leute die Segen der Neuze die ihr Leben sich transformieren wird vor Ende dieses Jahres auch der 28. Dezember gehört mir Gott hat nie gesagt ich arbeite nur bis zum 15. Dezember ab dem 15. Dezember bis zum 31. mache ich Weihnachtsferien Gott macht keine Weihnachtsferien aber am 31. Dezember kannst du ein Wunder erleben in deinem Leben welches den Verlaubten des Lebens und dann